hm, schafften wir nicht. Wir gehen nicht wieder die Spiel, aber ich mach's. Hallo. Ja, wir haben nämlich alle Buffs. So. Also. Ja, altens haben wir nicht viel bekommen. Viel Taubwasser. Gewicht haben wir genug getragen. Ah ja. Oh, und trotzdem wieder Ochs. Und hier um durch. Komm heilen, bitte. Hm. Ja. Also leben wir noch. Und suchen eher Einzelnen. Vielleicht haben wir ja nicht so viel E.P. über. Oh, es sind hier viele Ochs. Es ist boned. So. Oh, hallo. Hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Wow. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo, hallo. Oh, hallo. Yeah. 1.1 Gibt es noch ein paar? Kann ich noch. Da vorne. Noch zwei. So, jetzt kann ich ihn da drüben. Hier an den Ox holen. So, jetzt kann ich ihn. So, noch einen. Dann den hinteren dort. Noch einen. Okay. Noch. Und hier. So. So. Da unten. Noch einen. So. Der nächste, bitte. So. Was ist das da da runter? Ah, das ist der vom Rock ein bisschen. Okay, vom Mantel. Mehr Knopf hören. So. Der nächste, bitte. Töten wir Millionen von Orcs für die... Dinge. Tausend haben wir schon mal. Ich glaube irgendwie 6000. Das ist so. Siege. 5000, okay. Nein. Das sind Goblins. 5000 Orcs, okay. Dann sind es glaube ich 6000. nicht. Oh, 20.000. Ach, keine Ahnung. So. Oh, wir haben keinen. Fürs. So, wir haben einen. Ich wiederum. Ich habe keine Ahnung. Ich werde dich im Augen. Ich habe Angst. Hoffentlich geht es jetzt ein bisschen schneller wieder im nächsten paar Levels mühsam Weil keine, ja, halt immer Orksgekloppe war und nichts gescheit ist Keinen Bock gehabt, immer die Orks zu täten habe ich schwerere Gegner angegriffen Aber das sieht man, muss man immer wieder rausruhen Boah, ging einfach zu schwer momentan Und die Schickröten, da werden ja auch bald rausfallen und dann normal Und dann werden sie auch nicht mehr so zäh sein Könnten wir die angreifen Aber momentan lohnt sich eher diese anzugreifen Die Orks-Captions Ja, fast So, wieso Fahrst du nicht einfach um, wenn du fast kein Leben mehr hast? So Der Nächte Ja Ja So So, was gibt es zu erzählen? Ja, momentan halt noch ein bisschen krank, auch Schmerzen, Kopfschmerzen, irgendeine Entzündung, Stirnhildentzündung und ja, aber es wird besser, irgendwie besser. Ja, sonst bin ich eben noch an Median XL im Ort 2012 dran, von Diablo 2. Das war mir gar nicht zum Aufnehmen, bin am Durchkämpfen, das ist ein Schwermod, Profimod. Aber bald werde ich wahrscheinlich eine Let's Show davon machen, oder vielleicht auch bald ein Let's Play. Mal schauen. Ein Sonnenstab des Blitzes. Mit Treffershose plus 3 und 1 Schaden personal. Meisterhaft. Dann bewahre ich mal auf. Vielleicht mache ich ja bald einen dritten Charakter. Aber momentan lohnt sich das noch nicht. Und dieser Dragodian bleibt mein Hauptcharakter natürlich. Mit dem Schützen mache ich die Raids. Und ja, wenn ich einen Magier, also einen Hexer mache, dann vielleicht auch zum Raids machen, oder keine Ahnung. Aber beim Beschützer mache ich wahrscheinlich nicht. Also Beschützer habe ich ja Level 10, aber der ist mir ein bisschen zu langweilig. Ich mache zu wenig damage. Ich mache zu wenig damage. Ich mache zu wenig damage. Ich mache zu wenig damage mit einem ganzen Native gebunden juga. Ich mache zu wenig damage. Vielen Dank.